Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, es ist Sonntag, das heißt eine neue Aufnahmesession für mich, für euch. Und in der letzten Folge haben wir ja das neue Gebiet hier betreten, den Kaledonwald, haben schon ein bisschen was gemacht. Und da wir aber jetzt Level 16 sein müssen für unsere Hauptquest, ja, habe ich mich entschieden, einfach mal hier auch dieses Gebiet noch zu erkunden. Ich denke, das bringt auch noch ein paar Level mit sich. Und dann können wir nämlich den Krummstab des Hohen Rads Flex als Energiequelle für unseren Ball da, ne? Den können wir dann klauen, aber eben erst, wenn wir Level 16 sind. Oder vielleicht auch ein bisschen weiter. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal, wir werden das so machen, dass wir, wenn es jetzt, wirkt, ja doch, wenn es jetzt 1, 2 Level drüber sind als empfohlen. Denn, ihr wisst vielleicht noch, wie es das letzte Mal ausgegangen ist. Ich war das komplette One-Hit-Opfer, dieses blöden Mobstar. Das war nicht so günstig. Aber mal schauen. So, ich laufe jetzt erstmal hier ein bisschen rum, dass ich ein paar Wegmarken habe. Und vielleicht treffen wir dabei das ein oder andere Herzchen, was wir machen könnten, wenn wir das wollten. Ich, ja, ich bin auf Erkundungsmissionen. Ich glaube, das war gar nicht deine Frage. So, was kann ich denn so Schönes erzählen? Meine erste Schulwoche, die war lang, die war doof und voller Hausaufgaben. Nein, ehrlich, ganz im Ernst. In der ersten Schulwoche, ich verstehe es einfach nicht. Warum kriegt man, oh, muss man hier hochhüpfen? Warum kriegt man schon in der ersten Woche so viele Hausaufgaben, dass man sich sonntags hinsetzen muss, oh Herzchen, oh Aussichtspunkt, hä, das habe ich gar nicht gesehen, um dort ungefähr gefühlte sechs Stunden an Hausaufgaben dran zu setzen. Also ich verstehe, ich habe es ja zwar noch nicht gemacht, aber das schätze ich mal, dass ich das brauchen werde heute. Leute, ehrlich, also ich verstehe es nicht. Wir sollen irgendwie einen Aufsatz schreiben, Englisch, mit 300 Wörtern. In Französisch soll ich irgendeine Scheiße übersetzen. Und in meinem Leistungskurs Deutsch darf ich da so eine Erörterung schreiben von einem Text, der so circa zwei Seiten ist. Also da verstehe ich doch manchmal die Schule nicht, weißt du. Man hatte sechs Wochen Pause, dann muss man sich ein bisschen erstmal dran gewöhnen an alles so wieder. Und dann kommen die schon mit so vielen Hausaufgaben. Also das ist so eine Sache, die schnalle ich nicht. Und ich fühle mich da ein bisschen gemobbt, weil wenn ich Wochenende habe, habe ich Wochenende. Und keine sechs Stunden Hausaufgaben. Also, das schätze ich jetzt mal so, dass ich das brauche. Für Deutsch. Ich bin die totale Niete im Erörtern. Ich weiß ja nicht, ob ihr so Hassfächer habt, beziehungsweise Hassaufgaben in bestimmten Fächern. Bei mir ist es Deutsch. Erörtern und Interpretation. Mit allem anderen kann ich leben. Aber das ist echt schrecklich. Aber naja, genug gejammert. Man will ja schließlich was werden, wenn man mal groß ist. Zum Beispiel ein Jahr älter oder so. Ich muss sagen, das finde ich eigentlich sowieso ein bisschen krass, dass man doch schon ziemlich zeitig, sage ich jetzt mal, den Ernst des Lebens feststellen muss. Denn es geht da wie gesagt schon in der Schule los. Weil wenn man, sage ich mal, mit einer, was weiß ich, in der zehnten Klasse vielleicht eine schwierige Zeit hatte, sage ich jetzt mal. Also, wer weiß, was, keine Ahnung, irgendwie privat oder so. Aber ich finde das dann, ach so, ja, und dann auf jeden Fall meinetwegen schlecht in der Schule oder so ist. Aus verschiedensten Gründen, wie gesagt. Und ich finde das dann schon ein bisschen krass, dass man dann, ich sage mal, bloß weil man das eine Jahr dann nicht so toll gemacht hat. Und so bestraft wird eigentlich mit, ja, was weiß ich, mit einer blöden Ausbildung oder so, was man nie machen wollte. Und das finde ich eigentlich schon schade, dass man nicht mal guckt, okay, wie ist derjenige in der Praxis und so weiter. Das finde ich dann doch ein bisschen doof, dass wirklich nur, wer greift mich denn hier, ach du greift mich dann, dass man wirklich nur von den urteilt, wie ein Mensch ist, nur weil man sein Zeugnis oder so sieht. Und das, ja, finde ich jetzt nicht so toll. Aber naja, mich hat es jetzt nicht zu interessieren. Aber naja, ich finde das trotzdem nicht in Ordnung, was unser Staat sich hier wieder ausgedacht hat. Also, was heißt wieder? Eigentlich schon die ganzen Jahre, aber ich finde... Kochen? Ich habe eine Fertigkeit erlernt. Kochen! Na, geil! Aua! Aua! Kochen! Ich koche dich jetzt! Bäm! Ah, ich koche ja wirklich! Oh Mann! Kochen! Ich habe Kochen erlernt! Ja, cool! Das ist natürlich sehr schön! Ich koche gerne! Mache ich wirklich! Ich mache mir dann übrigens auch was zu essen! Hoho! So zum Mittag muss das sein, ne? Okay, ist der Fertigkeitspunkt jetzt weiter oben oder weiter unten? Das ist jetzt die Frage! Beleb halt dein Kumpel nicht wieder! Schwimm halt weg! Das ist so in Ordnung! Ist okay! Na! So! Kreid! Komm her! Komm her! Ich muss dich kochen! Hihi! Du schmeckst so lecker! Das ist echt bescheuert mit dem... Also, wie kann man das denn... Er hat ja gekochen, denn... Das ist echt lustig! Dampf! Blendet euren Gegner mit siedendem Wasser! Na, das wird ja... Immer besser! Befreit dies! Ah, okay! Guck mal, ich koch dich! Boah! Ach ne, das war ja mit siedendem Wasser! Stimmt ja! Ist ja irgendwie witzig! Dass ich nicht selber in dem kochenden Wasser verbrenne! Aber in Ordnung! Ach, Junge! Nein, den da will ich! Ich befreie jetzt die Sklaven! Einfach, weil ich's kann! Hey! Die ist weggeschwommen! Die blöde Kuh hat sich noch nie immer bedankt! Jetzt würde ich echt... Ne... Finde ich jetzt nicht so in Ordnung! So, jetzt koch ich dich noch mal! Bäm! Doch, da ist doch der Fertigkeitspunkt! Na, ich bin ja auch doof! Hab ich das gar nicht gesehen? Hä? Na, so ein Mist! Ich komme! Und... Bäm! Sehr schön! Was haben wir denn noch hier? So Sklaven-Dinger? So... Mehr gibt's hier gar nicht! Dann müssen wir wieder hochschwimmen! So, gleich koch ich den wieder! Heute gibt es Kreid! Nicht alles auf einmal essen! Das muss noch für drei Tage reichen! Oh Gott, was quatsch ich hier eigentlich hier für Zeug! Das ist ja echt schrecklich! Lava-Ketten! Mehrere Gegner mit Lava-Ketten! Ich probiere das jetzt aber nicht aus mit den mehreren und so! Weil, ja... Zur Ruhe betten! Äh... Hier, ne Zelle kann ich aber noch kaputt machen! Oh! Na komm, Kumpel! Du wirst mich niemals besiegen! Niemals, niemals, niemals! Es explodiert gleich! Ich würde weggehen! Ah! Tschüss! Nein! Was war das denn jetzt? Oh! Echt? Oh, und Manu! Ich muss ans Land! Ganz schnell, ganz schnell! Halt da! Kann der die mal... Ist jetzt nie dein Ernst, oder? Ist jetzt nicht dein Ernst! Da ist einer neben mir! Wirklich! Und wieso zum Geier kann man mich da einfach nicht mal rappen, äh, rappen, ja? Na, ihr wisst schon! Alter! Da! Oh! Also, was kriege ich doch kratzen! Wenn ich sehe, dass da einer Hilfe braucht, na dann... Ich weiß nicht, manchmal... Manchmal frage ich mich einfach... Naja, es ist egal, es... Ja, äh, äh, was soll man da sagen? Sonne in der Nacht, genau. So, ist ja auch scheißegal. Ähm, sag mal, wann kriege ich eigentlich meine Fähigkeit, dass ich hier mal Waffe wechseln kann? Das wäre ja mal voll interessant zu wissen, ähm, damit ich endlich mal hier meinen Stab und so machen kann. Übrigens, was wir noch alles freischeiden müssen, ne? Weil ich hab nämlich gemerkt, ähm... Oh, wir kommen ins neues Land, geh ich mal kurz hin. Kein Sexion, oh mein Gott, das ist auch so ein Hassgebiet von mir. Na, egal. Ähm, auf jeden Fall kann der Ele, den wir ja spielen, auch, ähm, so ein Dolch in der Haupt- und in der Zweithand tragen. Das heißt, wir hätten damit ein Dolch, nochmal eine, ähm, wenn wir zwei Dolche haben, nochmal eine Waffenkombination, wo wir auch wieder vieles freischalten müssen an, ähm, Skills und so weiter, wie zum Beispiel Kochen. Und, ja, das wollte ich halt alles mal ausprobieren. Aber ich mach das eigentlich lieber erst, wenn ich wirklich eine Waffe wechseln kann. Ähm, nicht, dass ich in eine brenzliche Situation komme, sag ich jetzt mal, und nur eine Attacke freigeschaltet hab, zum Beispiel. Das ist ein bisschen... ...plöt. Wie gut, dass wir hier so schön vorbeirennen können. Ach, hier, toxisches Blabla, nö, danke, tschüss. Das ist wahnsinnig schwer, wirklich, also, da spinne ich auch nicht rum. Äh, es wurde ja auch angezeigt, Gruppen-Event. Ich mach das echt nicht gern, aua. Seht ihr, das ist... ...ähm, nicht lustig. So, ich nehm erstmal ein bisschen Kupfer mit, auch wenn ich's jetzt gar nicht mal brauche erst mal. Aber es macht ja nix. Hä, haut die viermal zu? Eins, zwei, drei... Hä? Also, das war doch früher immer so? Also, was heißt früher, aber sonst... ...hat der doch immer bloß dreimal geschlagen. Na, das ist ja jetzt ein Ding. Wo laufe ich überhaupt hin? Hallo? Ähm, da hin. Ich prob mich jetzt da hin. Ähm, ne, der hat doch... Wartet, ich probier das jetzt. Also, ich weiß, dass der immer dreimal geschlagen hat. Allgemein auch, weil es... ...äh, bei den Normaladern kannst du nur dreimal schlagen. Aber bei den Reichheitigen hat der auch immer nur dreimal gehauen. Ja, jetzt hat der auch viermal geschlagen. Ist mir das noch nie aufgefallen beim Elo, oder haben die hier was erneuert? Hä? Also, ich weiß, dass mein Groß... ...mein Main Char... ...mein Char... ...äh, mein Main Char... ...ja, mein Main Charakter, der Char... ...ähm... ...der schlägt immer nur dreimal. Also, sorry, aber das macht mich jetzt gerade ein bisschen fertig und stutzig. Bilde ich mir das jetzt ein, oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Ach, manchmal habe ich auch Probleme, oder? Na, da geht es ja nicht weiter. Sag mal, da auf der coolen Insel zweimal Kupfererz, mehr nicht? Na, dann gehe ich da halt trotzdem mal hin. Ach, na, leck mich doch. Haben die das erneuert? Das kann natürlich sein. Aber wäre ja blöd, warum sollten sie das tun? Ach, naja, ich habe auch Probleme. Ist ja auch egal. Wir machen jetzt weiter. Ähm, Fischerlampen überprüft, bla bla. Okay, machen wir das mal. Mal gucken, ob wir hier dafür auch schon kochen. Hehehehe. Okay, ja, dafür kriegen wir auch schon. Sehr schön. So, Kreid, Blut, Dings da. Ja, soll man auch machen. Okay. Thunfisch! So, wo haben wir denn hier ein paar Lämpchen? Pfeifenorgel, Quagernfischerlampe. Die machen wir mal an. So, dann haben wir hier eine Pfeifenorgel. Was muss ich da machen? Äh, naja, gut, das ist ein nettes kleines Spielzeug, aber für mich jetzt nicht so, ähm, sinnvoll. Mal tun wir das Kochen auch wenig, oder? Oder das Explodieren? Ja, wüsste ich mal gern. Hallo, bleib doch mal stehen. So, Quagernfischerlampe da. No, jo, Quagern. Ich mag eigentlich Quagern, die sind voll niedlich. Ja, ist doch einer, Call me Quagern, das genauso geil. So, jetzt sagen wir mal hier noch. Jetzt sagen wir mal, hier war doch aber grad eine Sehenswürdigkeit da. Danke. Quagernfischerlampe. 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 Oder ist ein Event? Au! Oh! Okay, ich nehme mich jetzt hier an. Ach! Na, sowas Blödes. Ich gehe mal hier den Kreid, äh, hier, ne, wisch und den Typen da beschützen. Jetzt kommt Mama und kocht was Feines für euch. Die Gegner verbrennen und verbündete Elan gewähren. Okay. Ah, Thunfisch! Oh mein Gott, ich habe aus Versehen den Thunfisch angegriffen. Hör doch mal auf anzugreifen, du blöde Kuh. Oh Mann, sind aber ganz schön viele Kreid, muss ich jetzt mal sagen. Hä, was hat die Hitzewelle jetzt gebracht? Na, so rein gar nichts, ne? Irgendwie nicht. Wo willst denn du hin, hier, Knuffi? Ach, da willst du hin, okay. Hoffentlich zählt das noch zu meinem Herzchen dazu. Ach, das ist schon wieder ein anderes Herzchen. Jungs. Juhu! Mein Gott, ey, Leute. Kochen! Also auf jeden Fall ist das jetzt ein ganz anderes Herzchen, deswegen gehe ich wieder zurück. Oder ich mache das hier schnell fertig. Das kann ich auch machen. Und unsere Zeit ist schon wieder um, sehe ich. Aber das Herzchen mache ich jetzt trotzdem noch fertig. Kann ja nicht so schwer sein hier. Dreizack. Okay. Was mache ich damit? Was soll ich denn damit machen? Muss ich das vielleicht dem Herzchen-Typen gegeben? Gegeben? Gegeben, ja. Das ist mir eigentlich auch egal. Wer greift mich an? Hä? Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Wieso kommen jetzt auf einmal so viele? Hallo? Kochen! Oh, Leute. Hört mal auf, mich alle anzugreifen hier. Oh, ich glaube, ich bin gleich schon wieder tot, ey. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg, schnell weg. Naja, schnell weg. So, ich glaube, ich gehe da einfach mal hier fix hin. Und gebe dir so eine blöde Haut. Gut, da habe ich wenigstens ein bisschen was dazu getan. Und dann können wir nämlich auch in der nächsten Folge weitermachen. Wiedersehen. So, dann sage ich mal, bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.